Im Dialog Aufschlagsschemen zuordnen im Register Materialgruppen ordnen Sie das links in der Aufschlagsschemenliste gewählte Aufschlagsschema den möglichen Materialgruppen zu. Beachten Sie bitte vor Zuordnung, dass das Aufschlagsschema unbedingt für die gewünschten Preislisten freigegeben ist. Sie können in dem oberen Bereich des Dialoges die möglichen Materialgruppen einfach über die klassischen Mehrfachmarkierungen mit Shift und mit Steuerungstaste auswählen. Haben Sie alle gewünschten Materialgruppen ausgewählt, können Sie einfach auf Wählen klicken und Ihnen werden diese möglichen Materialgruppen in den Bereich gewählte Materialgruppen verschoben. Möchten Sie einmal zugeordnete Materialgruppen wieder abwählen, wählen Sie ebenfalls über Mehrfachmarkierungen unten die entsprechenden Materialgruppen aus und gehen auf Abwählen. Beachten Sie bitte, dass die Zuordnung des Aufschlagsschemas zu den Materialgruppen alleine schon über die Freigabe und die Auflistung im Bereich gewählt erfolgt ist. Beachten Sie bitte, dass aufgrund der Zuordnung des Aufschlagsschemas auf Materialgruppenebene alle Materialien der zugeordneten Materialgruppen automatisch dieses Aufschlagsschema vererbt bekommen haben. Sie können auf der Materialstammebene einzelne Materialien aus dieser Systematik wieder ausklinken. Bis zum nächsten Mal.